Ich suche gerade das Restaurant Idue Forni, wo wir jetzt hingehen. Die zwei Öfen? Forni, ist das nicht Käse? Nee, Forno ist Ofen. Ich habe dir während der Show noch ein Foto von Karlsson vom Dach geschickt, um meine These zu erhärten, dass der ein Frisurenbruder von Boris Johnson ist. Oder es wäre lustig gewesen, wenn wir es in der Show gab. Nein, deswegen habe ich es dir ja geschickt, du Digital Analphabet. Die Show war aber trotzdem ganz lustig eigentlich. Hier in Berlin im Pfefferberg Theater. Hinter uns das geile Berliner Publikum. Wir haben ehrlich gesagt vergessen, den Teaser zu trennen. Ja, es ist jetzt zwei Tage danach. Wir sind extra noch mal eingebrochen, während hier auf der Bühne schon nächste Sensationen aufgebaut werden. Und ich schlage vor, Sie hören sich das mal an. Live aus Berlin! ... ... ...